Hallo und herzlich willkommen zu So Geht. In diesem Video sind wir in der Elektrotechnik. Es geht um Elektrowärme. Es geht um Erwärmen oder Aufheizen. Und da wollen wir uns mal den Begriff Wärmemenge anschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben. Aber zum Video. Wärmemenge. Ich mache das Ganze mal am Beispiel eines Warmwassergerätes. Das gibt auch immer bei uns in den Prüfungen gerne mal eine Frage zu. Und der hat natürlich irgendwie intern einen Speicher. Also ich habe ja diese Hand unter dem Wasserhahn gewählt. In der Küche hat man das ganz gerne mit einem Warmwasseraufbereiter unter dem Waschbecken oder wo auch immer. Das gilt immer. Mit einem Speicher, da ist Wasser drin. In meinem Fall habe ich jetzt einfach mal 20 Liter Speicher. Dieses Gerät hier kann 20 Liter Wasser speichern. Und na klar, das ist ein Warmwassergerät. Der soll warmes Wasser machen. Und ich komme also mit einer Temperatur vielleicht in dem Speicher an. 15 Grad Celsius. Und der soll dafür sorgen, dafür brauche ich ja die Elektrowärme, dass das Wasser auf beispielsweise 65 Grad Celsius erwärmt wird oder erhitzt. Hier, damit auch keine Bakterien mehr und Wesen treiben können. Okay. Um das machen zu können, brauchen wir eben den Begriff der Wärmemenge. Also von 15 auf 65, da brauche ich Wärmemenge für. Die Wärmemenge kriegt erstmal ein Q. Und die Formel, die findet ihr auch in einem Fachbuch oder Tabellenbuch, ist M mal C mal Delta Theta. Also das Dreieck ist Delta, das heißt gleich noch was zu Theta. Griechischer Buchstabe Theta. Fangen wir aber ruhig mal mit dem C an. Denn da gibt es gleich das erste kleine in Anführungsstrichen Problem oder einfach, worauf man achten muss. Und zwar ist C, das ist die spezifische Wärmekapazität. Okay. Die ist also für jeden Stoff, den ihr erwerben wollt, oder für alles, was ihr erwerben wollt, unterschiedlich. Das ist ja ein Warmwassergerät. Also ich will Wasser erwerben. Also mein C Wasser, dieser Wert, der ist fix, den nehmt ihr dann auch in der Tabelle, ist bei 4,19. Und die Einheit ist jetzt das Problem so ein bisschen. Kilojoule, das J ist Joule, geteilt durch Kilogramm mal Kelvin. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, Delta, Theta, Unterschied einer Temperatur. Delta, Unterschied, das Dreieck heißt immer Unterschied. Theta, Temperatur. Und hier steht ja Kelvin. Aber ich habe doch hier Grad Celsius. Kein Problem. Rechnen wir erstmal das Delta, Theta aus. Und das Delta, Theta ist nichts anderes als Theta 2. Das sind meine 65 Grad Celsius. Theta minus Theta 1. Das sind meine 15 Grad Celsius. Also die Differenz von den Temperaturen. Die höhere minus die geringere. Das wird eingesetzt. Und einmal ausgerechnet, sind natürlich 15 Grad Celsius. Und das Schöne ist jetzt, dass die Skala, die Temperaturskala von Grad Celsius und von Kelvin quasi immer dieselben, also von Schritt zu Schritt dieselben Abstände hat. Ich packe da oben vielleicht mal das Video rein. Könnt ihr auch gerne mal schauen, damit ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wenn ich jetzt um 50 Grad Celsius nach oben gehe, gehe ich gleichzeitig auch um 50 Kelvin nach oben. Also ein Grad weitergehend ist derselbe Abstand wie mit einem Kelvin. Was nicht heißt, dass 50 Grad Celsius gleich 50 Kelvin sind. Das nicht. Aber wenn ihr ein Delta habt, könnt ihr einfach Grad Celsius durch Kelvin ersetzen. Oft wird Kelvin sowieso genommen, um klar zu machen, dass es nicht um eine Temperatur geht, sondern um einen Abstand. Also der Unterschied sind jetzt 50 Grad Celsius und das ist tatsächlich dasselbe wie 50 Kelvin. Da haben wir schon mal Glück gehabt. Kommt das Zweite. Hier steht ja was von Kilogramm. Das heißt, meine Masse, meine M, müsste in Kilogramm ausgedrückt werden, damit nachher die Einheiten sich schön wegkürzen. Okay, auch da, deswegen Wasser. 20 Liter haben ein Gewicht von 20 Kilogramm. Das ist ganz schön bei Wasser, ne? Brauchen wir also sich nichts merken. Man kann es einfach umrechnen, kann dann diese Werte einfach hier, diese Formel einsetzen. Das sieht dann so aus. Also meine 20 Kilogramm, also meine 20 Liter, die der Speicher hat. Dann einmal die Wärmekapazität, die spezifische eingesetzt, wie gesagt, aus dem Fachbuch entnommen. Und die Differenz der Temperatur, aber angegeben in Kelvin. Dann seht ihr schon, das Kelvin hier und das Kelvin da, das kürzt sich raus. Und jetzt auch das Kilogramm und das Kilogramm. Und übrig bleibt Kilojoule. Also, ne? 4190 Kilojoule benötige ich, um von 15, oder um genau so um 20 Liter von 15 auf 65 Grad zu erwärmen, zu erhitzen. Das ist für einen Elektroniker dann natürlich irgendwie komisch, ne? Joule, hm, da haben wir irgendwie wenig mit zu tun. Und auch hier halb so schlimm. Ein Joule ist eine Wattsekunde. Solche Sachen muss man wahrscheinlich gar nicht auswendig können. Findet ihr auch in Fachbüchern. Müsst halt nur wissen, dass ihr da Joule in Wattsekunde umrechnen könnt oder in irgendwas, was wir Elektronikator finden. Und wenn wir das machen, können wir also auch Q in Wattsekunde ausdrücken. Das sind nämlich 4190 Kilowattsekunden. Okay, auch immer noch nicht so ganz schön für uns Elektroniker, denn wir sind es ja gewohnt, in Kilowattstunden zu denken. Und auch da müssen wir uns ein bisschen was umrechnen. Ein Blick auf die Uhr nochmal kurz als kleiner Exkurs. Eine Stunde sind 60 Minuten, klar. Eine Minute, 60 Sekunden. Das heißt, eine Stunde muss also 60 mal 60 Sekunden sein. Wenn man das ausrechnet, ist eine Stunde hat also 3600 Sekunden. Jetzt will ich ja aber nicht wissen, wie viele Sekunden eine Stunde hat, sondern ich will ja gucken, wie viel ist eine Sekunde in Stunden ausgerechnet, damit ich aus diesem SNH machen kann. Okay, ich brauche den umgekehrten Fall. Ich will eine Sekunde da stehen haben. Eine Sekunde gleich irgendetwas. Und ihr seht schon, die 3600 stören. Ich muss einfach auf beiden Seiten teilen durch 3600, dann ist es hier weg. Und hier steht 1 durch 3600, also so rum. Also ihr seht, eine Sekunde ist ein 3600 stel Stunde. Okay, das kann ich einsetzen. Jetzt habe ich also 4190 Kilowattstunden, weil jetzt habe ich ja diesen Faktor mit eingerechnet, eben durch die 3600. Und wenn ich das ausrechne, habe ich ungefähr 1,16 Kilowattstunden. Okay, das heißt jetzt folgendes, fangen wir für oben vielleicht mal an. Wenn ich 4191 Kilowatt nehmen würde, hier, bräuchte ich eine Sekunde und die Temperaturdifferenz wäre erreicht. Also dann wäre es 65 Grad. Hätte ich irgendwas, was heizt mit 1,16, also einen Bruchteil davon, bräuchte ich eben eine Stunde. Und so und mit dem Wirkungsgrad kann ich ja auch ausrechnen, wie dann ein realer Heizvorgang quasi ist. Dazu werde ich aber wohl ein eigenes Video machen. Und ja, weitere Videos zum Thema, die findet ihr jetzt hier.